Musik Mein Name ist Brigitte Russ-Krüger, ich bin geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Agrargemeinschaft Tollthusen EG und arbeite auch mein Leben lang eigentlich jetzt in der Landwirtschaft schon und das mit großer Freude nach wie vor. Wir wirtschaften 1400 Hektar, Ackerland und Grünland. Wir können insgesamt sieben verschiedene Berufe ausbilden. Wir haben auch noch einen kleinen Kinderbauernhof mit integriert hier bei uns und wir bieten den jungen Leuten gerne auch Praktika an. Ich lerne hier in dem Betrieb den Land- und Baumaschinenmechatroniker. Ich baue halt Tore und mache so Ölwechsel und sowas an Maschinen. Meine Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und ich bin jetzt im ersten Lehrjahr noch. Ich bin damit aufgewachsen und wollte schon immer diesen Beruf machen. Macht mir Spaß, macht mir Freude jeden Morgen. Was auf jeden Fall spektakulär ist, im Gegensatz zu anderen vielen Berufen, ich habe immer Abwechslung dabei. Auch ein freiwilliges ökologisches Jahr kann man bei uns absolvieren und wir freuen uns über jede Bewerbung. Bis zum nächsten Mal.